ja was müssen wir tun ach guck mal der ist direkt gegenüber die stadt durch bre das geht ja gut ich grüße euch wir müssten zu butterblümchen zum butterblümchen hier ist der keiler der keilerbrunnen dürfte ich was sagen ja als fachleute für hätte ringe keiler brunnen drehen wenn ich mach den film normal also eigentlich hätte ich sagen müssen lies das buch noch mal aber werde ich in eine gewährten gruppe kenne ich nicht tut mir leid bist du ein fan bist du einfach nur jemand der mich einladen will ich habe keine ahnung ich werde auf jeden fall mich erst mal diesen markt stein binden manchmal wird man doch einfach nur so eingeladen falls du jetzt irgendeiner von meinen leuten von meinen youtube zuschauern bis tut es mir sehr leid ich weiß natürlich nicht wie alle in game heißt und wenn ich hier gerade spiele nehme ich natürlich erstmal so grundsätzlich keine einladung für irgendwas ein was erwähnt ich kann es gerne noch mehr erwähnen ich habe natürlich keinerlei ich weiß nicht ob die leute sich nicht trauen traust du dich nicht du traust du dich nicht ich habe freunde hier guckt da nix keiner null niente niemand hinzufügen keiner wie heißt ihr wisst alle wie ich heiße steht da oben also wenn ihr wissen wollt wann ich online bin oder so dann einfach hinzufügen klicken eskalib schreiben und auf fertig klicken da krieg ich so ein kleines fenster und dann kann ich das annehmen da könnte dann irgendwie was dazu schreiben vielleicht keine ahnung ob das geht und dann bin ich auch schon wieder ein bisschen schlauer als vorher daran könnt ihr mich gerne einladen dann weiß ich auch dass ihr das einfach irgendjemand lädt an meistens sich ein und ja dann seht ihr mal wenn ich online bin falls euch das interessiert ansonsten um wie gesagt wenn man mal instanz macht oder so kann man sich dann ja auch mal kann man sich dann ja auch mal mit mehreren zusammentreffen das wäre prinzipiell kein problem solange nicht verrecken lassen ja was soll ich jetzt noch sagen weiß ich gar nicht mehr irgendwas wollte ich noch sagen keine ahnung war nicht wichtig und wenn doch fällt es mir wieder ein so das tänzelnde pony willkommen im tänzelnden pony und da hände katja vor dem vor dem ding hallo katja den großen kreis um sich rum und der schatten den schatten uns am boden katze und auf dem stuhl mein gott ist multi shadow cat die macht sie das wie macht sie das naja katzen neuen leben einfach schatten katze schatten katze so ab zu herren butterblume wir haben vorwort wie kann ich zu diensten sein ein das brechen wir ab wir haben ärger in bockland wie kann ich zu diensten sein erf mich nicht die doof eine statur eine sache vertreibt eine andere recht mit sandheber in ihrem haus machen wir und der prolog wie kann ich zu diensten so ein suchtet ihr streich ja nicht dass wie es angeht ich würde diesem wald läuft der wildnis nicht so nah kommen ein seltsamer kerl zack jede menge p und jetzt kommt natürlich die sinnvolle quest vor wort vor wort ist immer noch nicht buch eins eine sache vertreibt ein streichere weißt du gerade sagte oh jetzt aber näher also dem mit mit dem besser nicht sprechen und dann sagt er uns ja spricht man mit dem ja er ist einer von diesen waldläufern nennt sich selbst streicher geht von schankraum aus links durch den gang dann weiter geradeaus bis ihr noch nur noch nach rechts könnt folgt dem gang bis ihr eine treppe erreichen die streicher befindet sich in dem zimmer rechts der treppe hat er dann verstanden orientierung sind gleich null so ungefähr ausbilder für baden nach guck mal der musikant bei dem könnte ich meine eigenschaften verwalten möchte ich aber gar nicht ich könnte aber mal ich könnte mir meine ballerleika kaufende tutelzack coolen horn laute ach schön könnte ich eigentlich mal oder eine laute ich kaufe mir die einfach mal so passt mal auf ich mach das jetzt einfach mal wo ist ein bisschen licht hier ein tanschen auf den tischen wie sich das gehört für ein hobbit wo sind wir denn und dann wollen wir mal und dann machen wir slash musik und wir haben unsere laute und jetzt können wir nämlich da gehört okay das geht nicht warte okay ich habe ich verspielt verdammt misst ich habe ich kann doch nicht mal alle mehr ländchen spielen gott bin ich untalentiert ich mal könnte jetzt ich werde mal bei gelegenheit eine musikstück reinladen das geht nämlich auch man kann die musikstücke fertig im netz ziehen nach guck mal das kann man nämlich hier hinten reinlegen das ist nämlich das fernkampf waffenfeld da kann ich jetzt mal eine laute reinlegen ich will natürlich später noch ein paar andere so ein horn oder sowas voll coole musikinstrumente ich kann ja noch mal hingehen eine feierabendsippe aha freundlicher umgang so so was benötigt ihr falsch tut mir leid dann kann ich euch zu diensten sein peggorn das ist aber eine waffe mega ultra nervig die flöde ultra nervig aber die kugel ist lustig klarinette ist witzig die harfe trommel ist super und eine teorbe und dann kann man hier um musizieren aber die laut ist natürlich der klassiker und ich werde mal musikstücke organisieren dann werde ich das mal zeigen das ist sehr amüsant hallo aber vorher gehe ich nämlich jetzt mal zum friseur weil also so langsam die sind jetzt schon lange unterwegs und die haare sind zu lang wir müssen mal ein bisschen kann deswegen machen wir uns mal eine andere frisur weil hier gibt es nämlich lustigerweise in game mehr frisuren als wenn man beim character ausbildungs fenster ding moped ist ziemlich viel mehr frisuren was ich relativ cool finde was haben wir denn da die sind alle ziemlich naja die sind alle nicht schön ne tut mir leid seid gegrüßt sind alle nix details ja ein leberfleck nabe hier die nehmen wir mit weil damals wir sind so langsam ein bisschen ich mache uns mal ein bisschen brauner macht es die haarfarbe die will ich nicht ändern ich kann ruhig so bleiben die wird vielleicht ein bisschen dunkler ich wollte eigentlich die haarfarbe noch ändern was geht gerade wohl nicht aber wir nehmen die nabe weil so viel wir jetzt schon gereist sind müssten mindestens eine nabe abkommen haben ich kann ja mal gucken nee so alt so sehr gealtert sind wir noch nicht immer die oder nehmen wir die sollen wir hier noch ich kann sogar zwei sachen nehmen guck mal hier wir wollen uns ja nicht übertreiben jetzt muss ich noch mal sprechen weil sie gar nicht wissen warum nabe nach so wir sind unsere langen unsere lang harten reise haben wir natürlich diverse schlachten geschlagen haben eine leider die eine nabe davon oder mit uns mitgezogen das war als wir da gegen diesen bären gekämpft haben gegen diesen ein falls ihr euch erinnern möchtet und der ganz schön zugesetzt und uns die kralle ins gesicht gerammt deswegen müssen wir da jetzt mal ein bisschen aufpassen so und wir gehen mal streicher besuchen für alle fans ihr wisst doch wer streicher ist ne wie ist es doch guckt mal da kennt er den kennt er den hallo 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 ihr aragon ja 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 vor wort ein unerwünschter gast schlechte nachrichten wir dürfen eine zeit verlieren kapitel 1 buch 1 der anführer der grimmhans ist nach seiner leader lage nach breland geflüchtet aha im osten von bre haben die schwarzwollt ein lager errichtet die schweine da wollen wir hin und die machen wir den gar aus wir warten besonderen untergang natürlich tun wir das und dann bekommen wir ziemlich schlechte 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 items das dunkel lichtet sich ja das ist natürlich jetzt wir sind natürlich jetzt schon zu hoch dafür wie man unschwer sehen kann aber das soll uns nicht stören der hat noch mehr für uns ach das ist ne ach nein wie geil da ist ja super das machen wir noch würde ich sagen also da wie viel haben wir jetzt ja nee kann wir machen später ich muss mal ein bisschen auf die zeit achten also nicht was wir zu wenig zeit haben sondern weil ich jetzt noch ein paar minuten habe und ich sonst den cut komplett versäuert das wäre natürlich fatal der knurrende südländer also so den will ich ja nicht unbedingt verhunzen das wäre natürlich blöd deswegen glaube ich noch einmal ein bisschen durch bre ich meine im endeffekt sind zehn minuten oder so aber hier oben war ja noch die quest die holen wir dann eben noch ups hallo kleiner hobbit pass mal ein bisschen auf hier ich bin nicht so groß dass man vor denen läuft mit deinem pferd da kann ich sein sondern da hat mich jemand angeschrieben auf dem handy acht der kräfte die nerven säge so ja ich komme noch von wo muss ich lang da nehmen grad auf meine güte die leute immer alle was wollen ach da gibt es auch noch okay wir müssen da lang für die sagt mal kartoffeln ja 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 kartoffeln guckt mal hier kartoffeln naja ja ist klar kartoffeln hätte ich jetzt auch gesagt na lassen wir mal durchgehen lassen wir mal durchgehen ausnahmsweise aber nur weil gerade keiner in der nähe ist der was dagegen sagen würde naja kartoffeln lassen wir mal das lassen kartoffeln durchgehen sind wir mal nicht so so die krämerin stadt durch bricht am west tor das ist doch direkt hier dann gehen wir mal hin und dann gehen wir schnell nach oben und dann können wir auch danach schon wieder tatsächlich mal uns streicher die unbesiegte 13 was lehnen sie denn hier wir haben time to lean wir haben time to clean das ist völlig inakzeptabel wachmann cardone in bre ach der ist direkt da hinten da ist ja keine stadt rund stadt rundgang da das ist hin und her rennen was möchtest du was ist nur aus dieser recht mit dem gärtner in der bank oder mit dem anderen in der bank ja die bank ist da drinnen und die scan jetzt geht es natürlich wieder weil wir sind von hier unten hier rum gelaufen hier hoch hier hoch hier hoch und laufen jetzt wieder hier runter und laufen dann hier wieder rum deswegen laufen wir zuerst da hoch zu dieser quest da ich weiß nur nicht wofür sie gut ist ach so das ist noch so eine nach einer klassen quest die ist natürlich gut schnell hin hoch ich habe mich verlaufen weil ich so gut ich bin schon wieder weg wo muss ich hin wo muss ich lang darf unten an die ecke direkt ans tor nachgucken ja was habt ihr hier denn schon wieder ach das mais okay das das ist offensichtlich mais lass ich durchgehen hallo nord tor wenn haben wir denn da der lauch seid gegrüßt kommen ja ich finde auch toll hier ich bin schon die ganze zeit hier die räuberangriffe ha spricht mit brunnen und wo ist brunnen nach brunnen ist ab ganz unten na klar super idee dann gehen wir jetzt noch mal durch die stadt tour noch zu ende weil die fünf minuten sind noch lange nicht um wenn immer noch drei minuten gottes willen die zeit vergeht wieder nicht dann bin ich dann bei anderthalb stunden und dann machen wir noch die christ mit streich hat das was nämlich diese reise quest finde ich nämlich super geil dann können wir ein bisschen kämpfen weil eigentlich aber noch den diese aufnahme glaube ich ordentliches stück mein gott mann 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 die inbredi wissen aber wie man ihre kühe ordentlich füttert die sehen dabei gleich aus kommt alle vom gleichen bullen hier sehr bequinkt zum abschied der war bestimmt nicht gemeint so die bank wie kann man sein char den patchouli nennen ohne witz so die stadt tour geht weiter hallo in der tierpreparation das wissen wir doch auch schon wo das ist wir hüpfen über den tresen wie immer wir sind ja ziemlich verwahrungsvermittler was das für ein immer wieder zugreifen wo der tierpreparator war da unten genau mit dem absuchen dann geht es gleich zum bonnie zum tänzeln den bonnie namens war ein so tierpreparator mist falsche tür scheiße die besprechen wir noch schnell wo haben wir da hinten den alten sack wie kann ich euch zu diensten seien mit dem blottschneider der ist bestimmt auch noch das geraten der erste und irgendwann nehmen das hier sogar so so da machen wir uns doch mal auf und ja tut mir leid schwere folge vorbei bis in der nächsten folge